An die Beobachter-News und im ganz speziellen mein Vater, der hier drüben steht. Zeig dich mal! Der, der leider, leider eine Strafe bezahlen muss, weil er angeblich Polizisten beleidigt hat. Oh mein Gott! Ja, kann man nicht machen, ne? Und das ist der Grund, warum das hier schon heute stattfindet, aus Solidaritätsgründen, dafür, dass die Beobachter-News ihre Arbeit seit vielen Jahren sowieso schon für quasi nichts machen und jetzt auch noch die Strafe bezahlen müssen, dafür, dass das alles so weitergehen kann, wie es tut. Und dafür bitte mal einen riesen großen Applaus. Viel zu wenig! Viel zu wenig! Nochmal, dafür einen riesen großen Applaus! Und ein großes Ding, was den Beobachtern auch wichtig ist, ist gegen diese braune Nazi-Scheiße, die immer mehr wird, bei uns in Deutschland, in ganz Europa und auf der ganzen Welt ganz klar und kräftig seine Stimme zu erheben und zu sagen, dann fickt ihr euch, wir wollen euch die heute nicht haben und das mit jeder Phase des Körpers. Nazis raus, Gottverdammt! Und dafür haben wir ein Lied geschrieben, scheiß Arbeit, Alter! Und es geht raus gegen alle Nazis. Alle ich selbst! Verste und hier! Volland ja! Volland ja! Volland ja! Volland ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020